und damit hallo und herzlich willkommen bei chris will spielen wir sind in counter strike global offensive unterwegs das erste mal das erste mal genau in ranked allerdings in der holzklasse der server down so ein bisschen aufgewärmt ping passt passt so genau was kann ich denn zu ich bin kacke explosiv passt köder ne köderplanet do you have time to listen to me also sind gegner wunderbar so ich gebe ich bin hier echt nicht gut ist aber auch holzklasse aber vielleicht kriegen wir den einen oder anderen kill in das war schon mal scheiße doch die flash wieso kaufe ich mir den granaten nicht benutzt das ist schon sehr dämlich da gibt mir gleich headshot headshot was einer ist jay jay joker und andere joker ok das haben wir zwei gegen vier das könnte eng werden ist immer blöd wenn man die pistol round verliert dann haben die danach gleich waffen und wir nicht reden das ist ein mädel zumindest und bilder der wolle damit dual barettas drogt er ab 2 hat sie beide gesehen das schon mal gut dann ist hinter ja der kraft war schade jetzt kommt unsere lady lenker rechts 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 danke jetzt macht die werde ich nehme ich nehme das ganze in 4k auf allerdings sich in 4k hochgeladen aus welchem grund auch immer das heißt schon ane hat er mal wieder jemand er könnte auch da stehen stimmt das schmeißt die sau hier in mono ja egal dem nack aber jemand muss ja dann fast b sein ja schon mal was wir mit der kreis hinbekommen ich verschritte das schon mal gut das gibt's doch nicht nicht so kacke 88 aber die fläche ich habe mich der fläche wieder selbst mehr geflasht so jetzt können wir glaube ich kaufen fast naja ein bisschen naja ein bisschen kommt man kaufen wird einer kauft sich gleich richtig ein oder an der deal ok sauber das kriegen wir in 20 ist kein problem ja gut gehen wieder viele da drüben die gehen wiederholen woanders oh verdammt mit awp die sau aber 77 gedruckter schon mal gut das ist doch schon mal gut ok kills werden noch besser vor dir jawohl die rockt ab die lindelmann so wie viel steht es denn eins gegen zwei ok das kriegen wir in das kriegen wir in ach die haben die bombe noch gar nicht gelegt ja wunderbar dann trinke ich mal einen schluck wenn der jetzt natürlich auf A verlagert wäre der doof macht auch sehr gut so schauen wir dann mal hier mit der was sind das wenn er für die ersten nicht steht es irgendwo mp7 könnte sein so das bestimmte awp-typ der irgendwo lauert allerdings ist angeteilt auf 23 nur noch da recht zum weg da recht zum weg sie darf ihn hoffentlich warum warum okay sie weiß es wo ist sie weiß es wo ist das bringt uns aber glaube ich nicht das bringt uns nichts aber er ist glaube ich gestorben hat sich an der zweite gestorben hat oben sieht man sagt dass er gestorben ist ja das ist immer gut 27 das wird eng dann mache ich noch meine was machen die die machen auch okay blend und rauch die kaufen sogar ein bisschen egal wo gehen die lang wieder einer getriebe grün geht auch wieder wunderbar ich war wieder draußen nach fack wo war team chat Tod. Könnte ich da nur die Toten lösen oder auch die Lebendigen? Ja, schieß doch. Dankeschön. Ah, vielleicht wollte ich wissen, ob wir mehr so sind. Da! Gib ihnen hin! Ah, scheiße. Steht's? Drei gegen zwei, das könnte man doch hinbekommen. Er lauert hier. Oh, jetzt blut. Wow. Ich will da weggehen, der Sniper ist schwierig. Auch wenn es nur die Kleine ist. Na, Prey fährt weiter. Da, jetzt gib ihm. Ach so, eins gegen zwei, okay. Das war wohl nix, 0-4. Aber wir geben nicht auf. Ja, nice. Auch Bomben ist jetzt erst platziert worden. Ja, jetzt gib ihm. Scheiße. Egal. Jetzt haben wir Geld. Ach so, wir sind ja gar nicht mehr mit 5.000. Doch, da sind wir. Ausrüstung. Bam. So, jetzt sind wir ausgestattet. Jetzt läuft's. Nose. Was ist denn Nose? Jetzt gehen, gehen gleich 3p. So, wir. Bin ich alleine? Okay. Den haben wir. jawohl spieler hat das spiel verlassen falls er bei uns gewesen über den gegner dann ist das nicht schlimm das war doch ging doch ganz gut das ging doch ganz gut das ging doch ganz gut warte mal der will auch hin oder was näher ist Schauen wir mal, ob wir ihn hören. Da war der, hab ich noch gehört. Oh, bei denen leben wir aber noch die zwei Besten. Warte mal, doch, er schaut von da an, dann kann ich von hier schon, da könnt auch... Da war einer. Vielleicht save der, aber auch das ist ein Mitspieler von mir, oder das ist ne Leiche, glaub ich. Ah, von hinten kommt er. Oh, jetzt hätte ich fast meinen eigenen gekillt. Da schreien wir doch, glaub mal, sorry. Wir rüsten uns neu aus, tschak, tschak. Wir haben uns auch wieder eine bessere Pistole. So, dann müssen wir jemanden mal legen, der hat eine AWP. Nein, die passt alles, passt. Na, wir stehen leider so weit hinten. Okay, dann gehen wir mit. Ist das die AWP? Ist das die AWP? Geht AWP Mitte? AWP geht Mitte, dann... Hm. 1 3 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 3 1 So, schnell Bescheid geben. Ah, nice, jetzt läuft's. Ach, liegt hier irgendwas Gutes rum? Liegt hier irgendwas Gutes? Also wir haben eine AK. So, ich bin gerade voll gegen das Kabel von meinem Mikrofon gekommen. Wenn ich auf... Ah, uh, kann ich auch mit der linken Hand drücken, okay. So, was ist hier noch einer? Ah, ne, der ist wieder drin bei denen. Okay, B. Jetzt holen wir uns hier eine Kevlar-Weste. Holen wir uns wieder Standortausrüstung. Und haben ganz gut Geld. Okay, warte mal. Geht einer Mitte? Einer geht Mitte. Dann sollst du doch A gehen, du Otto. Dann helfen wir halt A aus. Ich glaube, welchem Spiel ich passe mich immer mega an. Ich mache nicht das, was mir gefällt, sondern ich mache das, was... dass ich denke, das gut fürs Team wäre. Okay, wenn er schon hier durch ist. Okay, wenn er schon hier durch ist. Hä? Von wo das denn? Achso, die sind B. Zwei. Achso, gut. Warte, fack. Oh. Da hab ich doch noch rausgegittert. Okay, mit zwei Leben bleiben wir jetzt ein bisschen defensiv. Damit wir unsere AK behalten. Deploying Flashbine. Na gut, da sehen wir nichts. Das lassen wir. Das lassen wir gelb beschützt. Die Bombe... Achso, vielleicht sollte ich zur Bombe gehen. Das wäre schlau. Ja. Scheiße, noch einer down. Ach, Zeit. Was? Von mir liegt doch. Hä? Hab ich nicht verstanden. Hab ich nicht verstanden. Aber links unten stand, glaub ich, Zeit abgelaufen. So, wir nehmen wieder alles, was hier geht. Müssen wir jemanden legen. Der hat AWP. Ne, das passt, das passt. Komm, 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 chop, chop. Okay, B sind zwei Leute. Auch wenn einer vielleicht mit der Mitte geht, oder? Ne, gehen beide da lang, sehr gut. So. In Sanjury. Flashbine. Grenade. Flaschbine. Was von rechts? Wieso das denn? Von woher denn? Fuck. Flaschbine. Fuck. Fuck. Ist der... Ich kam mir der da rein. Zu lange... Zu lange hat keiner mit der geschossen. Würde ich sagen, versuchen. Wie klappt man dann noch AWP? Wir haben mehr Geld. Ich bin aber noch mehr Geld. Ah, links wird es jetzt eng. Jetzt schieß ihn. Ab. Schade. Okay. Ne, ich wollte nicht wechseln. Ähm. Drei gegen zwei. Okay, da... Haben die alle keine Granaten, oder was? Sehe ich da irgendwo? Ah, ja, das sehe ich. Das sehe ich sogar. Cool. Way One hat noch zwei Granaten. Das war's. Da ist er. Da... Siehst du auf ihn? Ah, er ist mit AWP unterwegs. Ist er nicht links? Ne, der ist direkt... What the fuck? Der war direkt neben ihm. Ha! Wie geil. Wie cool. Ah ne, AWP. Müssen wir schon, ob wir uns mal AWP kaufen. Ansonsten legen wir. Allerdings haben die über 3000. Ja, hilf ihm doch, du Otto. Da ist er doch. Der schießt doch. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben ihn aufgeholt. 5,4. Ich glaube, 0,4. Was ging's los? Geil, geil, geil. So, können die sich alle kaufen? 8000, die können sich alle kaufen. Geil, geil, geil. Ich ging ganz schön wenig. Sonst muss ich mich konzentrieren, damit ich rechtzeitig abdrücke. Oh, schon wieder keiner mit. Scheiße. Scheiße. Smocken wir uns mal selbst ein. Grenade out. Deploying Flashbine. Scheiße. Das kann... Klar. Oh, ich hätte warten müssen, bis er vielleicht... sind wir mal gezielwechselt oder so. Oh, komm, da haben wir einmal eine AWP und machen nur einen Kill. Weil scheiße, dass ich dann so eingeengt war, oder? Jawohl, den sieht man ja mir egal. Ja, schieß doch dann auf! Links ist noch einer, links ist noch einer. Wir überleben von denen noch. Nur noch einer, jetzt geh hin. Entschärf, geh hin, du Otto. Ja, mit besser vielleicht, dann ein bisschen schneller. Ah, er hat ein Kind. Oh, nice. Nice, ey, das klappt. Wunderbar. So. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt auch mal eine Entschärfungskid. Ich kaufe einer hat AWP. Dann holen wir jetzt auch wieder AWP. Zack, Zack. Eine Pistole. Passt, dann würde ich sagen, schauen wir diesmal mit. Er geht da, okay. Was? Scheiße, ich dachte eigentlich, dass das, das, das zieht hier. Schneller ist, verdammt. Verdammt. Es ist bei ihm überhaupt einer. Ja, da ist einer, okay. Nicht schlecht lief, wenn ich wieder das Ding einnehme, das ist gut. Was? Hat der durch den geschossen, oder? Was? Unsere Strähne. Wie viel Geld haben wir noch? Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Bis dahin hat zwölf Riesen. Okay, dann müssen wir wieder kleinere Brötchen packen. Ah, scheiße. Hä? Der eine Tracht hat immer noch acht Riesen, aber ist okay. Okay. Ach, jetzt gehen alle an. Die teilen sich immer gut auf, ey. Riesen pepperäische. utes seannt. Ganz ab successive делать es.... Wenn ich nicht nur was glaube ich, da lang gebraucht. Was? Falsagen, Dauern, Feuer. Hey, wo ist denn die Bombe bei Grün? Auf dem Mittelweg zu A, B, oder was? Blau ist alleine. Ich werfe zu wenig Ränder an. Ich habe doch gehört, dass da eine Flash kommt, hätte ich gleich zurückwerfen müssen. Aber ich stand da ganz gut. Ich stand da ganz gut. Da, rechts. Gib ihm. Ah, scheiße. Das könnte ja nochmal richtig spannend werden. Du schießt ja nicht auf deinen eigenen Lübertunen. Haben die dran gedacht? Ja, die haben beide noch eine Flash. Dann nutzt du auch die Flash. Ja, nice. Sehr gut. Die steht eins gegen zwei. Aber gegen der ja im besten. Na, der hat 17 Kills. Das ist rund 12, okay. Drei Runden noch. Wenn wir schon mit unserem Geld auskommen. Ach, 10 Sekunden noch. Ah, da. Dann will ich jetzt auf Auerlagern. Jetzt schafft der P nicht mehr. Sonst wäre er schon hier. Oder so. Nice. Sehr, sehr gut. Oh, da ist einer. Und der freut sich schon. Wie geil, der killt beide. Und die andere. Das war cool, das war cool. Der wird jetzt nicht so viel Granaten. Aber die AWP-Runde, wo wir gleich da vorne gestorben sind, war ärgerlich. Was macht gelb? Gut, dann gehen wir mit blau. So. Okay. Ich hab da hier was gehört. Oh, war das knapp. Alter Schwede. Oh, der AK. Wunderbar. Oh, und Monotov. Noch besser. Äh. Jetzt nimmt der. Achso. Oh, ein Prozent. Eieiei. So, wir brauchen neue Gefflerwäschte. Holen unsere neue Granaten. Achso, wir haben ja noch den, stimmt. Den Molotov. So, ich glaub, die gehen jetzt B. Und ich will dann gleich oben in den Gang eine Molotov reinschmeißen. Wir standen auch gut für B. Und wir sind irgendwie der Einzige, der B geht. Wunderbar. Ach nee, die sinken gar nicht. Doch, da ist einer. Oh, die war schlecht. Das war lucky. Da hat er noch einen Aufweh. Da war die Bombe. Ach, der ist da drin. Nice. Nice. Sehr wunderbar. Sollte der hier rumliegen? Ah, nee. Ah, ich war zu langsam. Scheiße. Ah, Standard kommt. Standardzeug. 9 von 5. Warte mal, das ist doch letzte Runde, oder? Das ist letzte Runde. Kein Klatsch. Wir holen mal so glatten AWP. Das hat nicht geklappt. Also, das ist es. Oh, meinst du mit dem Schluck. Der da ist. Die Verarbeitung. Die Verarbeitung. Und ich bin glatten. Ich bin gut. sagen es ist eine mit mehr für für terrorist für oder mehr für anti terrorist und ich habe keine ahnung was das für eine map ist was soll das denn der gut ich gehe mit dir mein freund bot niles ist eine totzkeit den bot haben wir schon mal versuchen wir hier leute abzufangen es hey bin ich zu doof gewesen jetzt zu treffen scheinbar 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 wir können uns können uns ak leisten genial sogar granaten hey wir sind ja voll ausgestattet wo will grün lang die können sich alle hk dessen was er oder er wollte nicht okay wir treffen da rein ich glaube nicht ist jetzt dahinter schon oder ich war doch einer wenn ich blöd er weiß dass ich kann oder das war jetzt doof von mir überleben wir das und er lebt auch noch mit machen wir denn noch für braun mannig wieso wollen die denn hier gehen wir hatten bombe gelb gelb ist sieht man hier nicht irgendwie fahrt auch gelb hier vampire die junge dame bei uns im team jetzt wollen sie auch jetzt ist gut was liegt denn da nice 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 liegt in der waffe rum hallo so wir holen uns wieder eine weste unsere granaden hat die bombe immer noch nicht mehr kann sein dass wenn ich die bombe so wahrscheinlich ja gut ist nicht schlimm ich würde es wahrscheinlich weiter erreichen das risiko will ich nicht mit der bombe okay die wollen hinter da lang gehen wir alleine oben oder gelb kann mit oben gelb kann mit oben die gehen aber hart raus so klatschen wir uns hier glatt man da auch hin haben wir eingetroffen hey wir haben eingetroffen eingetroffen einer lebt noch der ist das so jetzt können wir uns aber nach waffen unschauen da haben wir nix da haben wir nix leider keine AWP ne das ist kein AWP jetzt haben wir die bombe hm wem wollen wir die denn geben wem wollen wir die denn geben wem wollen wir die denn geben hm ja kommt hier lang ah kommt was wollt ihr denn alle B A B ist doch viel schöner da hat der der in grün recht wir sind das ach der J.J.Joker so wandert auf mit Steps ich gehe jetzt auf mit Steps von den lebt ihn nur noch einer oh der dachte ich höre den Gegner jetzt hätte ich wieder auf den gelben geschossen ey nice wieso hat hier einer was rumliegen ne der hat ein Echo oder die Bombe ist hier ah ne die Bombe ist hinten äh hat die Verbindung getrennt oh mein Gott können sie schon nicht verlieren ey oh war das die Vampire oh die kann reden brauchen wir irgendwas ne wir brauchen eigentlich gar nix Kevlar neu noch nicht die wollen da dann gehen wir oben solo Mensch Orange nicht auf K sein Mario Repo Alter die ist so ne gute Runde wenn die jetzt abkackt die Runde dann flippe ich aus den haben wir wunderbar da ist unser grüner Typ grüner Typ überlebt grüner Typ macht auch den letzten oder come on das eine gibt immer noch dann müsste er fast von hinten kommen nachdem er bestimmt schon gefressen hat reicht daher bestimmt noch die Pistole bei unserem krassen Aiming jetzt kommt töte mich ich will auf ABP wechseln in letzter Runde oh mein Gott schockt mich doch nicht immer so wo versteckt sich der denn wo versteckt sich der denn noch ein bisschen Zeit haben wir noch oh er killt noch einen nice also eigentlich nicht aber egal also an die Linde mal weil die hat nur 15.000 die braucht sowas sondern wir aimen in der Mitte ab weil wir stehen echt gut glaube ich was ich jetzt sogar angenommen wird nix neues gekauft den haben wir wunderbar Grenade Arm has been Crashbank Flowing fire oh oh was dumm oh war das dumm mein Gott ich kann doch nicht oh ich schau auf die Map ich Idiot es gibt nur einer bei uns oh ne zwei ne wir sind na ne doch genau zwei perfekt wir haben gewonnen glaub ich 16 ja wir haben gewonnen äh wo ist denn das gg schreiben wir hier so joker was bekommen Wii U you fucking kill me das war doch ne schöne Runde das hat Spaß gemacht wir sind auch fast level ab das waren die alle selber 1 oder ich glaub ja gegner auch selber 1 und 2 ungewertet oder war doch immer dieses dieser komische Kreis oder dieses Pümpelding da heißt steht das dabei ne ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen ich hab noch Counter Strike rumliegen von zusammen mit dem Chris mit zwei verschiedene Sichten allerdings brauche ich noch sein sein Zeug damit ich das zusammenschneiden kann wenn ihr mehr Counter Strike sehen wollt in der untersten Liga von den also in der Holzliga dann ja dann eigentlich egal dann schaut das Video das reicht mir schon wünsche ich euch noch ein schönes restliches Wochenende ah genau und es ist übrigens 4.35 Uhr am Samstag also in der Früh das heißt in exakt 10 oder in 10 Stunden und 25 Minuten kommt das Video online das heißt mein Vorteil war dass die Gegner müde waren und ich vorhin eingepennt bin deshalb jetzt fit bin aber egal wäre interessant wie viele Leute überhaupt bis hier sich sogar noch das Gelaber am Ende anhören wahrscheinlich kein einziger von daher brauche ich ja gar kein Tschüss sagen ich mache es trotzdem Ciao Adios